hallo willkommen zu einem neuen video in eigener sache und zwar geht es heute um die lüge der frau helen müller einer sachbearbeiterin beim jugendamt alp donaukreis in der außenstelle ehingen diese frau helen müller war für uns zuständig und ist es nach wie vor und hat im april 2018 dem gericht gegenüber gelogen und etwas behauptet das dann dazu geführt hat dass das gericht gedacht hat ich würde unsere kinder schädigen indem ich mit ihnen darüber rede dass sie bei beiden eltern leben dürfen dass es ihre grundrechte sind dass sie ein recht haben auf beide eltern recht in gleichberechtigung erzogen zu werden und diese frau helen müller die hat im april 2018 auf wie soll ich sagen auch lügen der mutter unserer kinder der mutter empfohlen die kinder nicht mehr zu mir zu lassen und ich lasse euch jetzt mal hier reinschauen in diesen text denn die frau helen müller an das amtsgericht ulm geschickt hat und der voller lügen ist das stimmt gar nichts und es ist auch so dass niemand mit mir geredet hat und auch nicht mit den kindern vom jugendamt sondern die haben alles was die mutter gesagt hat für absolut glaubwürdig gehalten natürlich eine mutter die das wechselmodell nicht will schwärzt den vater an er würde die kinder manipulieren und sei aggressiv gegen die vorgegangen damit sie sagen sie wollen das wechselmodell da ist doch ganz klar dass die mutter nur die reine und die absolut reine wahrheit sagt was denn sonst und das jugendamt dann keine andere wahl hat als dieser mutter zu glauben gut schauen wir uns den text an wir gehen mal stück für stück durch damit ihr sozusagen eine exegese eine textinterpretation und nicht nur eine interpretation sondern auch die darstellung der wahrheit bekommt und ihr mal seht wie jugendämter lügen um ihre politik durchzusetzen und hier sich überhaupt nicht der wahrheit verpflichtet fühlen sondern ihren eigenen vorstellungen wie kinder zu leben haben in deutschland es fängt an mit der ihr mit dem ersten satz frau das ist die mutter meiner kinder berichtete am 25 4 2018 im jugendamt folgende situation also das ist rein die erzählung der mutter unserer kinder die überhaupt nicht vom jugendamt noch unabhängig ermittelt wurde sei es jetzt in dem mit mir oder mit den kindern gesprochen worden wäre oder man abgeklopft hat was davon kann man jetzt sicher beweisen dass es so war also die schilderung die reine schilderung meiner ex-frau als herr groganz das bin ich am 20 4 2018 die sachen der kinder für das umgangs wochenende abgeholt habe ich habe die kinder abgeholt habe er gegenüber frau das ist die mutter meiner kinder geäußert dass sie das wechselmodell ermöglichen solle ansonsten wolle er die kinder ab den sommerferien gar nicht mehr sehen da ist schon mal die erste lüge der mutter unserer kinder drin der 20 vierte war der tag vor meinem geburtstag ich habe damals gesagt ich lasse mir das ganze nicht mehr gefallen was da am gericht getan wird ich will nicht mehr diskriminiert werden und so behandelt zu werden ist als ob ich gar kein vater mehr bin da könnte ich quasi gleich keine kinder haben und ich will dass die kinder ab nach den sommerferien im wechselmodell bei uns leben diesen zusammenhang dass ich gesagt habe wenn ich diskriminiert werde fühlt es sich an als ob ich gar kein vater bin und keine kinder habe und dann im nächsten satz meine aussage meiner ex-frau gegenüber dass ich will dass die kinder ab dem ende der sommerferien im wechselmodell bei uns leben den hat sie vermengt hier unzulässig und behauptet ich hätte gesagt dass ich die kinder nur noch sehen will im wechselmodell und ansonsten ab dem sommerferien gar nicht mehr entweder hat sie es missverstanden oder absichtlich falsch dargestellt am samstag 21 4 2018 geht es hier weiter im satz habe frau also die mutter unserer kinder mit ihren kindern telefoniert welche beim vater waren richtig das war mein geburtstag die kinder gaben an nun hälfte beim vater wohnen zu wollen da sie sonst gar keinen umgang mehr haben würden es ist völlig falsch das haben die kinder gar nicht gesagt richtig ist die mutter kinder haben bei der mutter angerufen weil sie mir in dieser zeit die sie bei mir verbracht haben gesagt haben sie wollen unbedingt im wechselmodell bei ihren eltern leben dann haben sie die mutter angerufen waren wütend auf die mutter weil die das nicht zulässt und habe ihr gesagt dass sie das wollen sie haben in keinster weise gesagt dass sie sonst mich gar nicht mehr sehen würden weiter im text der vater sei im hintergrund des telefonats aggressiv aufgetreten es ist ebenso eine lüge es war so dass die mutter unserer kinder im telefonat irgendwann aggressiv wurde als sie merkte die kinder beharren auf ihrem standpunkt und ihrem willen im wechselmodell bei uns zu leben und hat dann schlussendlich genervt aufgelegt und das gespräch gar nicht richtig beendet also wer ihr aggressiv war im telefonat war die mutter als die kinder geht es weiter im text am sonntag abend zur frau also der mutter der kinder zurückgekehrt sein haben die söhne das sind die zwillinge die waren zu dem zeitpunkt vier jahre alt erzählt dass der vater über das ganze wochenende nur mit den kindern geredet habe na zumindest habe ich sie ja nicht vor den fernseher gesetzt geparkt und den ganzen tags mit chips befuttert wir haben also geredet unglaublich und wie gesagt die jungs waren damals vier jahre alt und hier wird nicht geschildert was die jungs dem jugendamt gesagt haben sondern die mutter behauptet was die vierjährigen zwillinge ihr gesagt haben weiter im text die mutter sah ein verficktes arschloch und der vater habe gesagt sie sollen die mutter in den bauch oder den rücken schlagen das ist natürlich heftig was ist wirklich geschehen die kinder waren so frustriert dass die mutter ihnen nicht zuhört sie nicht zum vater lässt so wie es die kinder wollen da habe ich die kinder gefragt wie sie sich denn fühlen und dann haben sie erst so verhalten gesagt ja sie finden das nicht gut und hat gesagt bitte sagt mir mal wirklich wie ihr euch fühlt dann hat eins der kinder gesagt die mama ist ein verficktes arschloch heftig ja und da habe ich das kind noch gefragt was willst du denn machen und da hat sie gesagt sie würde die mama am liebsten in den bauch schlagen rücken kann ich mich nicht erinnern sehr gesagt sie würde die mutter am liebsten in den bauch schlagen das kind und dann geht es hier weiter im text auch habe der vater einem mann aus munterkingen habe der vater von einem mann aus munterkingen berichtet der seinen sohn ungebracht habe und dass es mütter gebe die väter töten es ist völliger schwachsinn die mutter hat den kindern von diesem fall in munterkingen erzählt da hat ein vater soweit ich mich erinnere einen kohlegrill im zimmer aufgebaut und hat so über eine kohlenmonoxid vergiftung versucht sich und sein sohn zu töten der sohn ist gestorben der vater wurde gerettet das hat die mutter den kindern erzählt und die kinder haben es dann mir erzählt auch seien die oma der opa und die tante dumm heißt es hier im text und dass ich das gesagt hätte nochmal das haben nicht die zwillinge direkt im jugendamt gesagt sondern die mutter erzählt dem jugendamt was die zwillinge angeblich der mutter gesagt es ist hier reine stille post also im text steht auch seien die oma der opa und die tante dumm das ganze war in wahrheit so dass die kinder nachdem sie mir erzählt haben die mutter will sie nicht im wechselmodell leben lassen und die oma opa und die tante auch nicht haben die mich gefragt wie ich das finde und dass die kinder das dumm finden und da habe ich gesagt naja also erstmal sind die leute nicht dumm ja menschen sind nicht dumm oder blöd sondern etwas was sie tun kann dumm oder blöd sein da muss man unterscheiden und ich habe den kindern gesagt dass ich das nicht richtig finde dass man sie davon abhält im umfeld der mutter und auch die mutter bei uns im wechselmodell zu leben weiter im text die kinder seien seither wütend auf die mutter fordern hälftig beim vater wollen zu wollen richtig die kinder waren auch vorher schon wütend auf die mutter und die kinder waren wütend auf die mutter während sie bei mir waren und sie waren wütend auf die mutter nachdem ich sie wieder zur mutter gebracht hat und bei der mutter selbst und es steht ja hier im fortgang des textes hier steht der name der jüngsten tochter distanziere sich frauen frau also der mutter ihre mutter und beschimpfe sie aufs übelste natürlich die hat gekämpft dafür dass sie ihren vater gleichberechtigt in ihrem leben hat weiter im text die kinder geben an dass es der mutter nur ums geld gehe und der vater sehr viel zahle es kommt daher die kinder haben mir gesagt die mutter hätte denen gesagt dass ich denen das leben kaputt machen wolle und mir ist nur ums geld gehe habe ich den kindern gesagt mir geht es überhaupt nicht ums geld mir geht es darum dass die kinder bei beiden eltern leben können und haben die kinder gesagt die mama sagt du würdest kein geld zahlen oder zu wenig zahlen an unterhalt für die kinder habe ich gesagt nein ich zahle da genug und dann haben die kinder das wohl umgedreht und in ihrer wut der mutter vorgeworfen am dienstag umgangstag also da sah ich die kinder jeden dienstagmittag wurde frau also die mutter unserer kinder von herrn groganz ein whatsapp video geschickt auf welchem die kinder auf nachfrage des vaters angaben hälftig bei mutter und vater wohnen zu wollen richtig die kinder wollten etwas machen damit die mutter endlich einwillig dass sie halbe halbe bei ihren eltern leben dann hat die jüngste dochter die idee gehabt wir können doch mit der mama zusammensitzen an dem tisch das zusammen besprechen weil gesagt das ist eine gute idee dann hat die jüngste noch die idee gehabt wir können video machen habe ich gesagt okay machen wir ein video ein kurzes video auf dem die vier kinder sagen sie wollen bei beiden eltern leben sie lieben beide eltern das hat die mutter bekommen frau bla also die mutter unserer kinder äußerte größte sorgen in bezug auf ihre kinder da der vater sie in dieser kurzen zeit hochgradig manipuliert habe wow wirklich in dieser kurzen zeit also in ein zwei drei tagen schaffe ich es meine kinder so zu manipulieren dass sie beide eltern leben und bei beiden eltern leben wollen hat es vielleicht was damit zu tun dass ich der vater bin aber egal das ist ja nur die mutter die hier spricht wichtig ist ja was die frau helen müller die damals noch schwarzen bolz hieß bevor sie geheiratet hat was die denn sagt und die hat dann hier in ihrer einschätzung zum besten gegeben durch die aktuelle verhaltens und vorgehensweise von herrn grogan setzt dieser die kinder zur durchsetzung der eigenen interessen in bezug auf ein wechselmodell massiv unter druck und agiert manipulieren obwohl ein dem einvernehmen der eltern getroffene umgangsregelung besteht wow frau miller sie haben mit mir nicht geredet mit den kindern nicht geredet die mutter erzählt ihnen was die zwillinge die damals vier waren der mutter angeblich erzählt haben und sie nimmt es für bare münze und übernehmen die einschätzung der mutter das ist ja ich es mal ironisch ausdrücken darf total unparteiisch was sie hier machen aber es wird ja noch besser in ihrem text frau miller die eigenen interessen werden hierbei über die bedürfnisse der kinder gestellt moment die kinder wollten immer das wechselmodell die verfahrensbeistenden frau virginia kapteiner walter hat ja dann später mit den kindern geredet ich glaube es war auch noch im april oder anfang mai da haben die zwei jungs nichts gesagt sie die jungs wurden nicht gefragt ob das stimmt was die mutter da erzählt was die jungs erzählt hätten auch die mädchen wurden nicht gefragt ob das stimmt was hier die frau müller alles in dem text drin hat aber die zwei mädchen die damals zehn und acht waren nämlich richtig entsehen die haben ganz klar gesagt sie wollen im wechselmodell leben bei beiden eltern also widerspricht es ja dem was die frau müller hier behauptet klar man kann immer behaupten ich hätte die kinder manipuliert aber es gibt hierfür keine beweise es das einzige was es hier gibt ist die aussage der mutter und alles was danach das amtsgericht und auch das oberlandesgericht stuttgart entschieden haben beruht auf diesen lügen der mutter unserer kinder die das jugendamt unwidersprochen und ohne eigene ermittlungen übernommen hat selbst diese legende diese falsche behauptung ich hätte unsere kinder manipuliert in diesem text in dieser einschätzung der frau müller geht es weiter aus sicht des jugendamtes wird deshalb bei weiteren umgangskontakten momentan eine psychische gefährdung der kinder hervorgerufen die frau müller ist keine psychologin hat keine approbation die kann eine psychische gefährdung gar nicht feststellen und sie macht es hier aus feststellung aus der sicht des jugendamtes also da ist was ganz falsch die frau müller ist sozialpädagogin und keine psychologin da hat sie ihre kompetenzen weit überschritten ich denke dass es sogar strafbar ist wenn man sowas macht bin mir da nicht sicher dann kommt es zum schutz des kindeswohls wurde der kindes mutter geraten den umgang vorübergehend auszusetzen auf die möglichkeit hingewiesen eine neue umgangsregelung beim familiengericht zu beantragen die frau müller hat sich hier über recht und gesetz hinweg bewegt es gab zu dem zeitpunkt eine umgangsvereinbarung und die frau müller hat hier der mutter empfohlen und schriftlich festgehalten gegen eine rechtlich wirksame umgangsvereinbarung zu verstoßen und das dann auch noch im namen des kindeswohls gut der rest ist hier bla bla soweit mal einblicke für euch wie die frau helen müller die einst frau schlangenbolz nein entschuldigung schwarz weißen bolz nein schwarzen bolz hieß bevor sie geheiratet hat wie diese frau helen müller im april 2018 in ihrem schreiben an das gericht in diesem antrag auf einen erderungstermin gelogen hat die lügen der mutter übernommen hat keine eigenen ermittlungen gemacht hat nicht mit mir gesprochen hat nicht mit den kindern hier partei ergriffen hat für die mutter gegen die kinder gehandelt hat und hier auch das gericht belogen hat so funktioniert am jugendamt alp donau kreis danke fürs zuschauen und damit ihr keines der kommenden videos verpasst abonniert den freifam kanal auf youtube aktiviert die glocke damit ihr über alle neuen videos erfahrt und wenn ihr selber ein fall habt sei es jetzt auch am alp donau kreis oder irgendwo in deutschland probleme mit dem jugendamt habt oder dem familiengericht auch lügen ausgesetzt seit dieser behörden und gerichte schreibt eine e mail an info at freifam.de und wir berichten gerne über euren fall und damit wir weiterhin fälle aufdecken können in den jugendämter und gerichte völlige willkür walten lassen lügen und kindern und eltern schaden dann bitte spendet an freifam ihr seht die adresse jetzt im abspann danke nochmal fürs zuschauen und tschüss zusammen